Ich heiße Justine, komme aus der Schweiz, aus Freiburg. Freiburg ist eine sehr schöne Stadt zu besuchen, es ist sehr ruhig, es gibt viele Geschäfte, eine große Wahl, es ist wirklich für jede angepasst. Der Lehrer hat ein gutes Feeling mit den Schülern und kann deswegen auch Sachen viel einfacher erklären. Wir machen Lesen, auch ziemlich viel Grammatik und Wortschätzen. Ich wohne in einer Gastfamilie und diese Familie ist sehr nett und hilfsbereit mit mir. Was mich in Freiburg am besten gefällt ist die Altstadt, die ist sehr schön, die Geschäfte. Es hat auch ein, zwei Seen, es ist sehr praktisch und zu baden und zu kommen. Ich würde Freiburg als Destination empfehlen, weil es wirklich eine super Stadt ist, zum Besuchern auch für einen Sprachenaufenthalt zu machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.